Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir noch einmal zeigen, wie deine theoretische Prüfung abläuft. Es gibt insgesamt mehr als 1000 Fragen und in deiner Prüfung werden dann 30 für dich zufällig ausgewählt. 20 Fragen aus dem Grundstoff. Hier ist es egal, ob du den Auto- oder den Motorradführerschein machst, die Fragen sind die gleichen. Und 10 aus dem Zusatzstoff. Dieser bezieht sich dann nur auf die Klasse, für die du den Führerschein machst. Das Hörbuch mit den offiziellen Prüfungsfragen der Klasse B steht für dich ja schon bereit. Hier kannst du dir das Wissen über die Fragen, die in der theoretischen Prüfung gestellt werden, aneignen. Und für alle, die den Motorradführerschein machen wollen, auch hier wird in Kürze das Hörbuch der Klasse A für dich zur Verfügung stehen. In den ersten 24 Stunden gibt es für dich dann sogar ein unschlagbares Einführungsangebot. Abonnier also den Kanal und folg mir auch auf Instagram, damit du den Start nicht verpasst. Jetzt aber zurück zu den Fragen. Jede Frage gibt zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten. Wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortest, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Du solltest also nicht versuchen, auf gut Glück in die Prüfung zu gehen. Der TÜV berechnet dir zur Zeit für eine theoretische Prüfung 22,49 Euro. Deine Fahrschule circa zwischen 50 und 80 Euro. Manche Fahrschulen verstecken diese Kosten, damit die Prüfung unwichtiger für dich wirkt und du sie eventuell ein zweites oder drittes Mal machen musst. Nimm dies also nicht auf die leichte Schulter. Du machst die Prüfung in einem Tablet und hast 45 Minuten Zeit. Viele werden schon nach 10 Minuten fertig sein und die Prüfung abgeben. Das sind vielleicht alles Mofa-Fahrer, die weniger Fragen als du haben. Lass dich also davon nicht stressen. Um unnötigen Stress zu vermeiden, empfehle ich dir niemandem davon zu erzählen, dass du jetzt Prüfung machst. Du wirst viel lockerer in der Prüfung sitzen, mit dem Gedanken, dich nicht erklären zu müssen, falls du die Prüfung auf Anhieb nicht bestehen solltest. Ich werde jetzt die Fragen und Antworten vorlesen lassen und sie dir dann erklären. Dies kannst du in der Prüfung leider nicht, also pass jetzt gut auf. Die Fahrgäste müssen vor dem Einsteigen den fließenden Verkehr durchlassen. Wenn niemand behindert oder gefährdet wird, darf man rechts auch schneller als mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. Man darf mit Schrittgeschwindigkeit rechts vorbeifahren, wenn Fahrgäste nicht behindert werden und eine Gefährdung ausgeschlossen ist. Also die Geschwindigkeit ist immer den schwächsten Verkehrsteilnehmern anzueignen. Und wenn hier Leute in die Straßenbahn ein- oder aussteigen, dann müssen wir natürlich dementsprechend langsam machen. Und hier ist nur die letzte Antwort richtig mit Schrittgeschwindigkeit. Steller darfst du hier nicht vorbeifahren. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen sie an Zebrastreifen rechnen? Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. Sie laufen auf den Zebrastreifen, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen um und laufen zurück. Ja, hier zum Beispiel diese Frage gibt fünf Fehlerpunkte. Und hier ist nur die zweite und die dritte Antwort richtig. Also wir gehen hier einfach immer vom schlimmsten Fall aus. Und das sind die beiden letzten Antwortmöglichkeiten. Wo müssen Sie besonders mit Fahrbahnvereisung rechnen? Auf Strecken, die durch Wald führen. Auf stark befahrenen Strecken, auf Brücken. Hier geht es darum, das Eis schmilzt ja mit der Zeit. Wenn die Sonne drauf scheint oder wenn zum Beispiel Fahrzeuge drüber fahren, dann erwärmt sich die Fahrbahn und das Eis bricht mit der Zeit auf. Also die zweite Antwort ist zum Beispiel falsch. Die kreuzen wir nicht an. Auf Autobahnen, wo viel gefahren wird, da bildet sich meistens kein Eis oder nicht so viel Eis. Auf Brücken allerdings zum Beispiel, da kommt der Wind sehr gut ran und der Wind kühlt natürlich die Straße ab. Dadurch wird die Straße dann vereist. Und Strecken, die durch Wald führen, ganz klar, da scheint keine Sonne drauf. Dementsprechend ist die Straße kalt. Also alles, was die Straße abkühlt, da ist auf jeden Fall mit vereister Fahrbahn zu rechnen. Ja, auch hier kreuzen wir natürlich das an, was am schlimmsten für uns wäre. Und das ist hier die erste und die letzte Antwortmöglichkeit. Welche Auswirkungen kann Haschischkonsum haben? Fehleinschätzungen von Geschwindigkeit und Entfernung können eintreten. Fehleinschätzungen, sehr gut. Fehler bei der Verarbeitung von Informationen können zunehmen. Fehler, top. Das Gefahrenbewusstsein kann abnehmen. Ja, also das ist alles richtig, weil das ist alles schlecht. Und wie gesagt, wir gehen immer vom Schlimmsten aus. Okay, also der blaue Pkw, der da gerade vor uns in die Straße oder Einfahrt reingefahren ist, der möchte jetzt wahrscheinlich rückwärts wieder rausfahren und wenden. Das sieht man daran, dass hinten die Rückfahrscheinwerfer angegangen sind. So, wie verhalten wir uns? Verzögern und bremsbereit sein. Gleichmäßig weiterfahren. Nach links ausweichen. Okay, also nach links ausweichen wäre blöd. Da kommt nämlich jemand entgegen. Gleichmäßig weiterfahren wäre auch ziemlich dumm. Also verzögern heißt bremsen und bremsbereit bleiben. Das ist doch top. Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren? Sonnenbrille abnehmen. Nebelscheinwerfer einschalten. Auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Abländlicht fahren. Sonnenbrille abnehmen, das ist richtig. Nebelscheinwerfer, die darfst du nicht anschalten. Nebelscheinwerfer, da habe ich sogar ein extra Thema im Videokurs gemacht, weil da gibt es nämlich verschiedene Fragen zu den Nebelscheinwerfern, die ja vorne am Fahrzeug sind und den Nebelschlussleuchten, die ja hinten am Fahrzeug sind. Und da gibt es unterschiedliche Fragen und unterschiedliche Antworten und du darfst nicht beide bei denselben Witterungsverhältnissen anschalten. Da musst du aufpassen. Genau, aber ansonsten musst du natürlich auch tagsüber im Tunnel mit Abländlicht fahren. Okay, wir kommen an eine Kreuzung, haben ein Vorfahrtgewehren. Wir wollen links abbiegen. Jetzt müssen wir aufpassen, es kann sein. Okay, also da wir links abbiegen wollen, muss man natürlich den Lkw-Fahrer, der uns entgegenkommt, durchfahren lassen. Jetzt hat er uns anscheinend ein Zeichen gegeben und möchte, dass wir vor ihm abbiegen. Das kann daran liegen, dass zum Beispiel die Straße, aus der wir kommen, in die der Lkw-Fahrer rein möchte, sehr schmal ist und er möchte einfach, dass wir weg sind. Pass auf, bevor du losfährst, es kann nämlich sein, dass neben dem Lkw, also hinter dem Lkw, ein Motorradfahrer zum Beispiel durchschießt oder Leute über die Straße gehen. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Aufgabenstellung an. Wann dürfen Sie losfahren, wenn ich den Querverkehr nicht gefährde oder nicht wesentlich behindere? Genau, also der Querverkehr wäre jetzt von rechts und links, da haben wir jetzt momentan leider nichts gesehen. Sofort, da der Lkw-Fahrer mich dazu auffordert, nachdem der Lkw-Fahrer mit Handzeichen eindeutig auf seine Vorfahrt verzichtet hat. Genau, also Lichthupe kann ja sein, dass er aus Versehen hängen geblieben ist, das darf man natürlich auch nicht missverstehen. Handzeichen ist natürlich besser und hier die erste Antwort ist auch richtig, weil manche sehen dann, dass der Lkw-Fahrer dir durchwinkt und denken, Ah ja, super, dann fahre ich gleich. Schön und gut, der verzichtet auf seinen Vorrang und du darfst vor ihm fahren, aber du hast ja ein Vorfahrtgewehren gehabt und dementsprechend ist natürlich nach links und rechts auch zu achten, weil die ja auf der Vorfahrtstraße sind. Das sieht man sogar noch hier an diesem Verkehrszeichen, Vorfahrtstraße, also rechts und links, die haben Vorfahrt. An den Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen, an den schwarzen Pfeilen auf den Leitpfosten. Ja, es sind tatsächlich die Leitpfosten, die haben schwarze Pfeile drauf und sagen dir, in welcher Richtung der kürzeste Weg zur Notrufsäule ist. Bodenmarkierungen auf dem Seitenstreifen. Jetzt muss ich gestehen, also ich weiß, dass die das in Österreich haben, in Deutschland. Du machst ja die Prüfung in Deutschland. Ich glaube, also wir haben das, glaube ich, nicht, oder? Weiß jemand eine Straße in Deutschland, eine Autobahn, wo auf dem Standstreifen irgendwelche Markierungen stehen? Ich glaube, das war nur in Österreich. Hm, drei Fehlerpunkte. Riskieren wir es. Auf den Richtungsmark... Leitplanken, nee, 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 nee. Also, schwarze Pfeile auf den Leitpfosten, das ist auf jeden Fall richtig. Bodenmarkierungen, wie gesagt, ich glaube, nur in Österreich, vielleicht auch der Schweiz. Bei uns habe ich das hier noch nicht gesehen. Sie wollen bei grün nach links abbiegen. Links neben Ihnen will eine Straßenbahn geradeaus weiterfahren. Was ist richtig? Die Straßenbahn muss warten. Sie müssen warten. Gegenseitige Verständigung, weil keine Regel besteht. Natürlich besteht eine Regel. Du möchtest links abbiegen. Dementsprechend bist du wartepflichtig. Die Straßenbahn fährt geradeaus, also müssen wir warten. Natürlich auch alles zum Thema Vorfahrt findest du im Videokurs, unten in der Videobeschreibung. In welchen Fällen müssen Sie eine Änderung der Fahrtrichtung anzeigen? Wenn ich eine abknickende Vorfahrtstraße in gerader Richtung verlassen will. Wenn ich dem Verlauf einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen will. Vor dem Abbiegen in eine Einmündung oder in ein Grundstück. Ja, also die letzte Antwortmöglichkeit ist natürlich richtig. Die zweite auch. Wenn ich geradeaus fahre, dafür gibt es keinen Blinker. dementsprechend natürlich da nicht. Aber wenn du der abknickenden Vorfahrtstraße folgst, also nach links oder nach rechts, dann musst du natürlich auch blinken. Vor ihnen befindet sich ein Fußgängerüberweg, hinter dem der Verkehr auf ihrem Fahrstreifen stockt. Wie verhalten sie sich? Auf dem Fußgängerüberweg warten, um den Fahrzeugrückstau zu verkürzen. Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen. Auf dem Fußgängerüberweg warten, wenn keine Personen zu sehen sind. Das ist jetzt ganz interessant. Hier ist nämlich die Rede von einem Fußgängerüberweg. Und hier ist die Rede von einem Zebrastreifen. Also, ich hoffe, du weißt, dass damit das Gleiche gemeint ist. Ja, das kann ein bisschen verwirrend sein. Auch der verkehrsberuhigte Bereich oder Spielstraße, das ist ein und dasselbe. Also, naja, es ist nicht ein und dasselbe. Aber ja, blöd zu erklären. Ich hoffe, du weißt, was gemeint ist. Dieses blaue Verkehrszeichen mit den Kindern drauf, wo man nur Schrittgeschwindigkeit fahren darf. Okay, also. Auf dem Fußgängerüberweg warten, um den Fahrzeugrückstau zu verkürzen. Du darfst nicht auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen kommen. Das Halten ist dort verboten. Vor dem Fußgängerüberweg warten, um Personen das Überqueren zu ermöglichen. Das ist richtig. Auf dem Fußgängerüberweg warten, wenn keine Personen zu sehen sind. Nein. Also, wie gesagt, du darfst darauf nicht halten. Dementsprechend ist nur die zweite Antwortmöglichkeit richtig. Wie müssen Sie einen Überholvorgang beenden? Dicht vor dem Überholten wieder auf die rechte Fahrbahnseite wechseln. Das Wiedereinordnen rechtzeitig und deutlich anzeigen. Ohne den Überholten zu behindern, sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen. Okay, die letzte Antwort klingt gut. Sobald wie möglich, aber natürlich nicht behindernd, also mit genügend Abstand. Und natürlich müssen wir das Ganze auch anzeigen. Was sollten Sie nach dem Starten des Fahrzeuges tun? Ich sollte möglichst den Motor im Stand warmlaufen lassen. Ich sollte möglichst unverzüglich losfahren. Ich sollte möglichst im niedertourigen Drehzahlbereich fahren. Wir fahren gleich los mit niedriger Drehzahl. Im Stand warmlaufen lassen, der Motor wird im Stand nicht warm. Da kannst du stundenlang stehen. Außerdem ist es sehr schädlich für den Motor und natürlich auch von den Umweltaspekten her gesehen sehr kontraproduktiv. Welches Verhalten ist richtig? Naja, abknickende Vorfahrtsstraße. Wir haben ein Vorfahrtgewehren, dementsprechend müssen wir warten. Das ist zum Beispiel auch wieder eine Frage, die fünf Fehlerpunkte gibt. Das Motorrad muss warten. Ich muss warten. Welches Verhalten ist richtig? So, wir haben keine Vorfahrt gebenden oder nebeneinander Verkehrszeichen. Dementsprechend gilt natürlich rechts vor links. Der Traktor darf zuerst fahren. Wir müssen warten. Es gibt wieder fünf Fehlerpunkte. Also nur als Beispiel, solltest du diese beiden Fragen jetzt falsch beantwortet haben, hättest du in der Prüfung schon nach Hause gehen können. So, welches Verhalten ist richtig? Wir wollen links abbiegen. Diese Frage gibt wieder fünf Fehlerpunkte, da es wieder mit Vorfahrt zu tun hat. Da wir links abbiegen wollen, müssen wir natürlich den Gegenverkehr durchfahren lassen. Und den Radfahrer, der rechts von uns kommt, da die Regel rechts vor links gilt, also wir haben wieder keine Verkehrszeichen, dementsprechend Regel rechts vor links, darf der Radfahrer zuerst fahren und der Bus vor uns. Also, wir fahren nach dem Radfahrer und wir fahren nach dem Bus. Und jetzt pass auf, es kommt nämlich darauf an, wie man diese Aufgabe sieht, weil wir fahren ja nicht nach dem Radfahrer, wirklich, weil der Bus danach kommt, aber du musst jede Antwortmöglichkeit mit der Frage kombinieren. Also, darf der Radfahrer vor uns fahren? Ja, richtig. Darf der Bus vor uns fahren? Ja, richtig. Deswegen kreuzen wir beide Antworten an. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die markiere ich hier mal, dass wir die später nochmal zur Verfügung haben. Hier mit der gelben Schaltfläche kannst du die Frage markieren und später siehst du dann, welche Fragen du markiert hast und kannst sie dir unter Umständen nochmal anschauen. Was gilt in dem Bereich von 15 Metern vor und hinter diesem Verkehrszeichen? Das ist das Haltestellenschild für Busse zum Beispiel. Fahrgäste darfst du nie behindern und du darfst tatsächlich halten, aber das Parken ist verboten. Wenn du an einer Bushaltestelle hältst und von hinten kommt der Bus und möchte hier die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen, dann musst du natürlich wegfahren. Aber ansonsten darfst du hier bis zu drei Minuten halten. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Also pass auf, da ist zwar ein Auto, ein Pkw drauf zu sehen, aber dieses Verbot gilt für mehrspurige Kraftfahrzeuge. Also alles, was mehr als eine Spur im Schnee hinterlassen würde, wenn es fahren würde. Also sprich nicht nur Pkw, sondern tatsächlich auch Lkw. Perfekt, jetzt sind wir mit dem Grundstoff durch. Okay, wir haben alle 20 Fragen vom Grundstoff beantwortet und jetzt springt hier der Reiter automatisch zum Zusatzstoff. Machst du jetzt den Motorradführerschein, dann würden hier die klassenspezifischen Fragen für die Klasse A stehen. Und genau, wir machen jetzt hier die Prüfung für den Autoführerschein. Dementsprechend gibt es jetzt hier zehn Fragen, die du nur bekommen kannst, wenn du den Autoführerschein machst. Das Spiegelglas des linken Außenspiegels ist gesprungen. Was tun sie? Spiegelglas nicht erneuern, da Beobachtung nach hinten noch teilweise möglich ist. Spiegelglas erneuern. Teilweise, sehr witzig. Ja, also natürlich brauchst du einen neuen Spiegel. Fertig. Das hat bestimmt was mit der Trambahn zu tun. Die Straße wird immer enger. Okay. Ja, also um die Straßenbahn rechts zu überholen, da musst du schon ein Stuntfahrer sein und das Auto auf zwei Rädern aufschaukeln. Nee, nee, wir bleiben mal hinter der Straßenbahn und beobachten mal, was passiert. Aber pass auf, fährt ein Bus oder eine Straßenbahn vor dir, dann musst du damit rechnen, dass auch irgendwann eine Haltestelle kommt. Leute über die Straße rennen und der Bus zum Beispiel das Warnblinklicht anmacht. Und dann gilt ja diese Regel mit Schrittgeschwindigkeit. Wegen Tieferlegung ihres PKW ist eine Begutachtung erforderlich. Wann muss diese erfolgen? Ja, also jegliche Änderungen in deinem Fahrzeug müssen ja vom TÜV abgenommen werden. Und wenn du dein Auto tieferlegen lässt, dann natürlich auch eine Begutachtung ist notwendig. Unverzüglich nach dem Umbau. Das ist richtig. Nach Aufforderungen durch die Zulassungsstelle. Zusammen mit der nächsten Hauptuntersuchung spätestens ein Jahr nach Umbau. Nein, also wenn du etwas veränderst, dann muss dein Fahrzeug unverzüglich zum TÜV. Das Ganze muss dann geprüft werden, ob das auch alles funktioniert, was du da gebaut hast. Und ja, unverzüglich nach Umbau. An einer roten Ampel innerorts möchte sie ein anderer Fahrer offensichtlich zu einem Straßenrennen provozieren. Wie sollten sie sich verhalten? Ich steige aus und stelle den Fahrer zur Rede. Es kommt natürlich darauf an, wie viel PS dein Fahrzeug hat. Nein, Quatsch. Quatsch. Ich nehme die Herausforderung an, ohne jedoch 50 Kilometer pro Stunde zu überschreiten. Ich schenke diesem Verhalten keine Beachtung. Ja, perfekt. Also, letzte Antwort kreuzen wir an. Vier Fehlerpunkte. Was bedeutet das rot gekennzeichnete Symbol auf dem Reifen? In der Prüfung, Theorie sowie praktische Prüfung. Der Prüfer kann dir ja auch in der, was heißt kann, er stellt dir vor Fahrtbeginn in einer praktischen Prüfung drei technische Fragen. Und da kann er dir zum Beispiel Sachen fragen, woran du erkennst, ob es ein Winterreifen ist, wann der Reifen hergestellt worden ist, was diese Bezeichnung auf dem Reifen bedeutet, Profiltiefe und so weiter und so weiter. Und dazu habe ich natürlich auch ein extra Thema im Videokurs gemacht. So, hier geht es um dieses Schneeflocken-Symbol mit dem Berg. Dieser Reifen darf nur in Verbindung mit Schneeketten benutzt werden. Dieser Reifen ist für winterliche Wetterverhältnisse geeignet. Dieser Reifen unterstützt die Fahreigenschaften auch bei Schnee. Ja, die zweite und die dritte Antwort ist richtig. Früher war das so, dass M&S kennzeichnet ja einen Winterreifen. M&S steht für Matsch und Schnee. Und dieser Berg mit der Schneeflocke war nur ein zusätzliches Gütesiegel. Was der sagt, oh, dieser Reifen ist besonders gut für Schnee. Und jetzt ist es so, dass nur im Winter mit diesem Reifen, mit dieser Schneeflocke in den Berg gefahren werden darf. Also bei diesen winterlichen Verhältnissen. Und du musst jetzt, wenn du dein Reifen kaufst, darauf achten, dass diese Schneeflocke und der Berg darauf zu sehen ist. Und dann gilt der Reifen auch für winterliche Verhältnisse und unterstützt die Fahreigenschaften auf Schnee besonders gut. Ein PKW ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden? Natürlich auf allen. Die restlichen Antworten lasse ich gar nicht vorlesen. Welche Gefahren können entstehen, wenn sie mit eingeschaltetem Fernlicht fahren? Wild auf der Fahrbahn wird geblendet und bleibt im Lichtkegel stehen. Liegen gebliebene Fahrzeuge auf meiner Fahrbahnseite werden zu spät erkannt. Entgegenkommende werden geblendet. Also Fernlicht bedeutet das natürlich, dass du besser sehen kannst. Das Licht geht sehr, sehr weit in die Ferne. Dementsprechend können entgegen der Fahrzeuge geblendet werden. Und das Wild, das auf der Straße eventuell steht, schaut in den Lichtkegel und bewegt sich nicht mehr. Die sind dann wie hypnotisiert von diesem Licht. Dass liegen gebliebene Fahrzeuge zu spät erkannt werden, das stimmt natürlich nicht. Die Fahrzeuge werden besser erkannt. Deswegen kreuzen wir die mittlere Antwort nicht an. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch zu großes Spiel in der Lenkung. Durch gestörten Empfang des Verkehrsfunks. Durch eine stark einseitig wirkende Fußbremse. Eins und drei sind richtig. Lenkspiel, das kannst du auch kontrollieren. Das verlangt eventuell auch der Prüfer von dir vor der praktischen Prüfung. Lenkspiel ist, wenn du am Lenkrad drehst, dann sollten sich ja unten auch die Reifen bewegen. Und wenn du am Lenkrad so zwei, drei Zentimeter ruckeln kannst und die Reifen bewegen sich nicht, dann hast du ein sehr großes Spiel. Und das ist natürlich eine Gefährdung auf jeden Fall. Wenn die Bremse nur einseitig wirkt, das ist natürlich auch sehr gefährlich, dann verzieht das Fahrzeug, wenn du bremst. Also kann in Schleudern geraten. Der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf. Woran kann das liegen? Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt. Sicherheitsgurt ist verdreht. Sitzverstellung ist defekt. Mit dem Sitz hat das Ganze nichts zu tun. Wenn der Gurt verdreht ist, dann rollt es sich nicht mehr richtig ein. Das ist richtig. Und es kann natürlich auch sein, dass innen die Feder oder sowas defekt ist. Dementsprechend eins und zwei ist richtig. Der Vorausfahrende hindert Sie seit Längerem am Überholen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich warte, bis ich überholen kann. Das klingt doch gut. Ich hupe und blende mehrmals lange auf. Ich fahre dichter auf. Ja, also die erste Antwortmöglichkeit kreuzen wir an. Die ist richtig. Jetzt haben wir alle Fragen richtig beantwortet. Beziehungsweise wir haben alle Fragen beantwortet. Die aus dem Grundstoff und die aus dem Zusatzstoff. Und jetzt mit Bogen abgeben, sehen wir, ob wir die Prüfung bestanden hätten. Jetzt ist nur die Frage, die Sache mit dieser, wo haben wir sie denn? Mit der, mit den Richtungspfeilen hier. Ich lasse noch mal kurz vorlesen. Woran erkennen Sie den kürzesten Weg zur nächsten Notrufsäule auf Bundesautobahnen? An den Bodenmarkierungen auf dem Standstreifen? An den Richtungsmarkierungen auf den Leitplanken? Da bin ich jetzt mehr als gespannt. Also in Österreich weiß ich, da haben sie auf den Standstreifen Markierungen. Die wurden ja anzeigen, ja, in 30 Metern, 50 Meter und so weiter. In Deutschland habe ich es, glaube ich, noch nicht gesehen. Wir riskieren es. Drei Fehlerpunkte. Das würde nichts machen. Wir hätten die Prüfung so oder so bestanden. Null Fehlerpunkte. Also, wie gesagt, da gibt es einen Unterschied, ob du die Prüfung jetzt in Deutschland machst oder in Österreich. In Österreich gibt es diese Markierung, in Deutschland gibt es sie nicht. Aber ich werde dir jetzt ein Bild einblenden von dem Leitpfosten und von diesem Pfeil, welcher dir sagt, in welcher Richtung die nächste Notrufsäule zu finden ist. Ansonsten, ja, herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Prüfung. Null Fehlerpunkte. Und abonniere den Kanal. Aktiviere auch die Glocke, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und damit du auch gleich Bescheid bekommst, wenn du das Hörbuch der Klasse A, also für den Motorradführerschein, runterladen kannst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.